Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Mit dabei... Quenny heißt sie hier. Hi. Hi. Ja, geht nahtlos weiter. Acht Feile des Todes und irgendwie nix zu verlieren. Aber hauptsache schon eine Butze geradet. Wie der Shepard sagen würde. Nein. Ach, du scheiß drauf. Was scheiß drauf? Hast du schon Werkzeug oder was? Nein, schön wär's. Aber ein Mega-Lack. Aha, ich hab kein Leck. Ich hab ein Standbild. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Hm. Kannst mir mal ne Einladung schicken. Damit ich wenigstens weiß, wo du dich rumtreibst, wenn du mich das nächste Mal einsperrst. So genau so machen kannst. Ich bin hier hart am Schuften. Ja. Mhm. Hart am Schuften. Kommst klar, ja, ne? Geh mal hier oben gucken. Ja, sammeln nicht so viel, ne? Achso, du kommst ja gar nicht rein, ne? Hahaha. Ich hab jetzt 798. Ja gut, dann bringen wir's erst nach Hause. Da müssen die große Beute safen. Brauch' ich dann einfach mal ein Stoni. Was ist denn hier? Ach, guck mal, großes Deckhies gibt's hier. Guck mal, ist doch Stein drin. Ja, natürlich. Ich hab hier einen gehauen auf dem Weg hierhin. Ja, also können wir doch Wegzeug machen. Zack, alle ist schon wieder weg. Du bist verschwenderisch. Ich mach Werkzeug. Einmal? Ei, ei, Chef. Dankeschön. Ja, ich hab's halt einfach angeklickt. Mach der Gewohnheit. Was hübsst du so? Aufgeregt, nervös. Und so weiter. Bitte. Oh Gott, schlüssel. Jawohl, können wir gleich eine Pistole abwehren. Natürlich. Grad Wegzeug fertig, direkt tot. Bam. Komm auf jeden Fall vom Südosten, ne? Ach so, ich hab mal Kompass anmachen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was ist dein Plan? Gar nix. Gehen, gucken. Kein Plan. Wollt' ich noch mal ein bisschen Ressourcen und dann ein bisschen Stoffen. Ey! Was denn? Wo hab ich denn noch einen Bauschrang eigentlich? Ich boh' nur was gerade fahrt hier unten. Mal so zur Info. Mhm. Da, wo die Fässer stehen. Da, da ist schon einer. Oh, nein, ich seh. Oh, mehr doch. Ich bin im Busch. Ah, 69 Hells. Heißt ein Fall. Wir springen nicht, Lute oder verpiss dich. Das ist ja doof. Ja, gut, komm. Das quatscht aber. Bist du nicht alleine? Ich kann ohnehin nichts machen. Im Busch sagt sie. Jetzt gerade hier an dem Baumzweig. Späher hat er. Er kann sich noch nicht entscheiden, was er möchte. Ja gut, Jungen, komm her. Zeig dir eine dumme Visage. So, ich stehe hier auf offener Fläche. Hm. Oh, ein Tod. Oh, was war das denn? Alto Belly. Hast du heimlich geliebt? Regulas lässt grüßen. Da sind noch zwei oben. Schade. Oh, der war schlecht. Oh, wieder, hey, was geht? Der geht natürlich auf mich. Oh, der andere rollt ab. Na, einer kommt zu mir. Alto. Alto. Du Dreckschütten-Gesicht. Ja, von rechts zu links. Ja, das sind vier Stück. Nur Chance. Nee. Mit meinem Werkzeug eh nicht. Und ohne meinen Schlafsack. Wo hattest du den anderen gelegt? Weißt du das noch? Ja. Ähm, F-18 ungefähr. Ich spanne jetzt an. Wo bin ich von der Nähe. Ich bin mit 20 Holzfilmspächer. Ich könnte abkotzen, ey. Aber schön, zwei Hedys gedrückt. Tja. Hm, hat sich auch gut angehört. So, Ressourcen wieder alle weg. Ja, vielleicht hätte ich den einen hinterher, aber. Hätte, hätte. Da machst du nix dran. Ich konnte noch nicht mal gucken, was der Bayer, den ich getötet habe. Das ärgert mich. Alles mitgenommen, die Schweine. Und dann läuft der Nächste. Die weg. Junge. Hast du schon einen Bogen in der Hand? Na klar, dann Bogen. Ey. Oh, der ist durch den Kopf geflogen. Was ist los? Pfeife, du. Alter, wie konnte der denn durch den Kopf fliegen, ey? Das muss ich mir nochmal angucken. Ja, komm. Junge, was los? Schlaf nicht ein. So. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Fokus. Na, guck mal, wir sind doch relativ nah beieinander. Ja, aber hier sind so viele Nackte. So viele Nackte. Ey. Nein, da ist alle weg. Hilfe. Kannst du mich bitte wieder einsperren? Assalamualaikum. Ah, okay. Shalom. Shalom. Hey. You white, black, mother fucker. Oh, oh, oh. I hate all the value. I like turtles. Schamant wie eh und je. Double pussy. Double pussy, sagt er. Karuga, Alter. Du bist es, ey. So. Gleiche Stelle oder was? Dann hole ich ihn mir. Wo ist er? Karuga, ey. Ist echt gleiche Stelle. Ist legendär, oder? Ist er bei uns genommen bei deiner Leiche, Alter? Was ist das ein Witz? Das Spiel. Genau. Wo ist er hin? Du kannst gerne Steine mitnehmen. Soll ich ja wahrscheinlich nicht überleben. Oh, komm schon. Und was ist denn los mit euch, ihr kleinen Dreckstückengesichter, Mann? Oh, ja, riechst du dich ja nicht auf, ne? Nein, riech ich mich auch nicht. Riech ich mich nicht? Ich riech mich nicht auf und außerdem trifft er gerade gar nicht. Kacklappen, ey. Da kommt auch schon der zweite. Ja, jetzt bin ich verblutet. Was ist denn los hier? Haben wir alle keine Hobbys? Mann, ey. Mann. Ich hole um. Ich mache jetzt auf Hausfrau. Das ist mir jetzt zu stressig. That's the last. Ja, normalerweise müsste man halt erstmal irgendwie ein bisschen... Hab ich versucht. ...ein bisschen ins Landesinnere laufen halt. Wenn man jetzt hier ernster Fußwassen möchten wollen würde. Ja. Nur du kommst ja noch nicht mal ansatzweise so weit. Mein Gott, dank kill mich doch auch, du Seppelmensch. Sorry. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich bin nur ruhig, wirklich. Ja, ich bin so erst zwei oder dreimal gestorben. Warten mal ab, wenn es 20-mal oder 30-mal ist. Mhm. Mhm. Ah. Ah, ist halt geil. Ich bleib einfach hier auf meinem Schlafsack liegen, ey. Wo bist denn du? Irgendwie sind wir nie weit weg voneinander. Ach Gott, da ist einer seine Butze am Aufwerten an meinem Schlafsack. So, erstmal ne Headshot. Können wir schon mal im Nahkampf gehen. Obwohl die Picke da besser wär. Die Picke zünden wir gleich hinterher. Ja. So. Wräuchten wir halt stoffen. Und niedrigeren Cooldown bei meinem Schlafsack. Ach, wollen wir nicht denn schon wieder hin? Was ist denn da los? Butze am Butze am Butze. Hier könnt's raiden, ey. Hier könnt's Gas geben. Stoni. 500 Stoni haben wir. Ich nehm ihn trotzdem mit. Ob du jetzt 500 verlierst oder 900, ist egal. Vorsichtig, ne? So ne Äußerung. Ich fähre mich gerne mit dir an. Sollst du dich nicht anlegen? Du sollst dich mit unseren Gegnern hier anlegen. Was soll ich denn machen? Soll ich den mit der Fackel hinterher rennen? Ja klar, hab ich auch gerade gemacht. Ja. Ja. Ich hab den gerade mit meinem Werkzeug bearbeitet. Der mich dann getötet hat. Ich habe aber kein Werkzeug mehr. Ich habe gar kein Auto. Alles gut, ich glaube. Nerven wie Drahtseile. Das Innere hier. Boah, hier ist auch der ganze Baby schon voll. Mann, Mann. Sorry, Leute. Wird sofort zum Muten. Oh, Pilze. Läuft. Da ist ne Tanker. Da geh ich jetzt nicht hin. Ich hab auch eine bei mir. Oder? Ja. Guck mal, hier stehen schon Öfen, alles, frei Haus, Kiste. Du brauchst nur noch Wände drum ziehen. Ist schon ein Baustrank. Geil. Cool. Und? Leute, ich hätte doch wenigstens ein bisschen was drin lassen können. Eine Gitarre, ja. So stark. Der muss aber schon ein bisschen länger stehen, dass so viele Bugen geradet sind hier. Mann, 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 ey. Mann, Mann, Ari. Das ist kein Land. Ne? Ne. Nicht ein Tote im Wasser. Nee, Speer macht auch keinen Sinn. Treffe hier nichts mit. Gut, Pfeile hätten wir schon mal. Alter, jetzt eskaliert hier so ein Scheißpferd. Was ist denn los hier? Mann. Keine Ahnung. Weil ich komm in Frieden. Aber ich hab's schon drauf, oder? 150 Leute auf dem Server. Wo ich laufe, ist keiner. Ja, die sind ja auch alle bei mir. Ja, du musst halt auch mal weg vom Spawner. Bin grad dabei. Ich will halt ein bisschen was haben. Was willst du denn haben? Ja, irgendwas halt. Werkzeugmäßig. Stell ich mir grad mal her. Mal gucken, wie lange ich es diesmal behalten darf. Ich brauch nen Tarnumhang. Langweilig. Stoffen brauchen wir. Stoffen! Darum ist die nächste Putze. Aber ich muss erstmal hier zwei Bäume mitnehmen. Risiko! Brauch ich dann einfach mal so ein bisschen Stoffen, dass wir mal zwei Schlafsäcke legen könnten. Nicht immer so versprengend alles ist. Kommt, go fight. Kommt, go fight. Noch zwei Speere, Alter. Wird ja so. wahnsinnig gut mit dem Speer sind. Ja, wir gucken mal, was jetzt hier so geht, Leute. Ansonsten mache ich noch mal irgendwie oder wir noch mal so zwei, drei Folgen auf so einem Bow-Aiming-Gedöns-Server oder sowas. Das ist dann noch mehr aufregend angesagt. Quatsch. Niemals. Könnte natürlich hier einfach mal eine Butze hinzimmern. Mieten rein hier. Machen wir. Also wahrscheinlich unauffälliger wie alles andere. Was? Ja, wenn du einfach jetzt da irgendwas hinzimmerst. Erstmal musst du ja schlafen. Du musst halt einfach dreist sein, weißt du? Problem ist, es wird nachtig. Kommen jetzt gleich alle nach Hause hier, was da. Deswegen geht es schon, wenn es gerne einen Bogen hat. Aber da wird ein Stein liegen. So. Ist hier vielleicht ein bisschen Stoffen. Warum ist hier ein Nebel? Ach, guck mal, hier ist der Sumpf wieder. Geil. Können wir den Sumpf bauen. Ach, hier steht schon eine Butze. Hallo. Die haben hier echt schon alles aufgeknappt, ne? Ja, wer weiß, wer ist so fakeweil. Die Landesinnere. Da können wir ja niemals hin. Unfassbar. Kraftwerk. Das ist bestimmt wieder tote Hose. Oh, da ist die Butze zerfallen. Mal gucken, ob was liegen geblieben ist. Gerade noch da gewesen. Bekannt vorne. Nichts drin gewesen im Bauschrank, doch. Boah, 2000 Holz, viel wittig Stoff. Läuft. Ja, zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Wie tut sie noch sechs Stoffe im Bogen. Aber 2000 Holz. Ich könnte eigentlich seine Foundations nutzen. Ich bin gespannt, wie weit ich jetzt mal komme. Ja, gehen wir schon alles hin. Ach, sicher. Bauschrank. Ich stehe auf, Männchen. Biss ja nicht weit bis zu dir. Komme ich dich hier in den Schlaf, sag ich es einigermaßen. No, no. Geh weg. Geh fit to me. Ja, 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 ja. Was haben wir eigentlich hier in der Nähe? Er fehlt den Schrottplatz. Das ist jetzt nicht so der Burner. So. Mal gucken, können wir das jetzt hier annektieren? Da ist eine scheiß Tür da drin. Warum? Oh, nur noch acht Halbbarkeit. Vielleicht ist da noch Loot hinter. Dreieck. Wo ist das der Eingang? Ne ist der Eingang. Ach, komm on, man. What is your fucking problem? Nuclear Duck. Das ist schön abgeweitet. Schlafzock hat natürlich cool. Hallo. Wozu steht noch? Alles gut. Unfassbar. Was hast du? Was hast du? Du lebst doch. Hm? Was hast du? Du lebst doch. Das ist alles gut. Der Uwe, der Uwe, der wird mich verstehen. In diesem Sinne. Junge, jetzt mal im Ernst, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Aki. Ja, du kannst nur ein Wichser sein. Wer Aki heißt, ne? Der kann nur verwandt sein mit Imwatzke. Können mich alle Dortmunder ruhig hassen. Oh, Scheiß. Den Namen hast du es nicht besser verdient, Alter. Ei, 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 ei. So was du mir nicht im WeLife begegnest, ey. Pfeifenkopf. So, fünf Stoffen haben wir. Ich hab noch ne Fackel. Alles andere wurde mir gerade abgenommen. Und außerdem hab ich irgendwie noch nen Holzpfeil im Armstecken gehabt. Den hab ich mir mal rausgezogen. Ja, gönn dir. Mhm. Ich mein schon mal nen Pfeil. Und vier Leben. Und da ist ein Scientist. Es wird immer besser. Ja. Der nette Hinweis, dass ich Hunger habe. Den ich kaum sehen kann, weil mein Bildschirm immer blutiger wird. Ja, man hat's nicht einfach, ne? Ne. Definitiv nicht. Wieso wollte ich mal die Spawner da? Ja, guckt er da mit seinen Armen aus und... Das ist der Nächste. Wo bist du, Junge? Komm her. Ah, gut, der geht weg. Der ist vernünftig. Ich will doch nur leben, ey. Ich will doch nur leben. Tja. Tja. Schade. Da, wo ich war, die Ecke, die war eigentlich ganz gut. Aber irgend so ein... Ähm. Wo bist du jetzt? Am Fluss. Ach, wirklich? Von da unten komm ich gerade. Torsten vom Walde, da komm ich her. Nein, nein, nein. Was muss ich sagen? Es regnen sehr. Der kommt doch bestimmt gleich angeschissene. Ich könnte mir den Speer jedes Mal schenken, aber... So ein Spiel zwischen mir und dem Rascott. Ja, die Klonen dann zu zweit, ne? Ihr Pfeifenköppe. Weißt du was? Da schmeiß ich den Stoff weg. Was hast du davon? Ha! Ha! Stupid! Stupid Idiot! Stupid! You're a great bowman, hä? Yeah! Yeah! You were so great, man! So great! Oh, Mann, ey. Ich würde sagen, das ist ein Start nach Mars. Ich wollte ja nur schon mal da, als du schon mal ein bisschen vorbereitet bist, was nächste Woche Donnerstag passiert. Ja, kriege ich ja. Nur, dass wir da nichts und sich draußen mal sterben dürfen. Hello! Ja gut, ähm, wenn du direkt nach Force Vibe dann halt drauf gehst, ne? Hier stehen ja halt schon wieder überall zwei Millionen Butzen und ich renne in eine Falle rein, ey. Ja, das kann da aber genauso enden. Ja, aber wenn du vier, noch vier Leben hast und um die kämpfst du, dann ist das... Hey, dann drückst du Kill. Was ist denn los mit dir? Ah, je, je, je. Ach, das ist ja ledig, würde ich sagen. Hello again! Leute, ich sehe gerade 26 Minuten. Es wird Nacht, ne? Ich sehe sowieso nichts mehr. Geht jetzt hier mal so nackter durch den Hafen. Joa, in diesem Sinne. Danken wir uns fürs Zusehen. War bis jetzt noch nicht der Brüller dabei, außer meine zwei geilen Headys, die leider auch nichts gebracht haben. Wir schauen mal noch so ein, zwei Völkchen, was hier, ob hier und wie und überhaupt und... In diesem Sinne. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen lassen, Daumen nach und alles andere in die Kommentare. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.